24 Stunden So lange haben wir Zeit, bis Angela Merkel unsere Zukunft entscheidet. In diesem Moment berät sie mit den europäischen Staats- und Regierungschefs Maßnahmen gegen den Klimawandel. Aber die Pläne sind bei weitem nicht ausreichend. Ich bin zur Zeit mit 200 jungen Europäern in Polen bei den UN-Klimaverhandlungen. Und wir sehen, dass nichts passieren wird, wenn die EU nicht den ersten Schritt macht. Wir können das ändern. Ruf Angela Merkel an und sag ihr, dass sie für ein starkes Klimapaket kämpfen soll. Es geht um unsere Zukunft. Und die ist nicht verhandelbar. Öffentlicher Druck zeigt Wirkung. Letztes Jahr haben tausende junger Kanadier die Telefonleitung ihrer Regierung lahmgelegt. Und die kanadische Regierung hat daraufhin ihre Blockadehaltung bei den UN-Klimaverhandlungen aufgegeben. Lass Angela Merkel den Klimaschutz nicht gegen die Wand fahren. Sag ihr, dass du ein starkes Klimapaket willst. Als nächstes ruf drei Freunde an und überzeuge sie, Angela Merkel ebenfalls anzurufen. Wenn wir zusammenhalten, werden wir gewinnen. Wo auch immer du bist, nimm dein Handy und ruf sie jetzt an.